Eigentlich gibt es seit gestern gar nicht so arg viel zu erzählen. Ich könnte euch das Video von gestern nochmal einspielen. Es wäre noch nach wie vor mehr oder weniger gültig. Trotzdem gucken wir mal kurz drauf, denn ein paar Details, gerade im kürzerfristigen Chart, die könnten dann doch noch ein bisschen verlockend sein. Also im größeren Bild, das ist vier Stunden. Wir reden nicht vom ganz großen Bild. Also all diejenigen, die sich zu den Investoren zählen, da hat sich tatsächlich nichts dran geändert. Deshalb werde ich darauf jetzt nicht eingehen. Das habe ich euch in den letzten Tagen häufig genug erzählt, wie da die Einschätzung aus meiner Sicht ist. Also das übergeordnete Bild weiterhin Bullish mit Chancen eben zwischendurch mal einen Rücksetzer zu haben. Da müssen wir jetzt gucken, materialisiert sich der tatsächlich oder geht der Markt jetzt nach oben weg? Oder ab wann sehen wir, dass das jetzt hier unten tatsächlich passiert, was ich gestern mal angedeutet habe, was ich als durchaus realistisch erachte. Dafür gucken wir uns jetzt nur das hintere Teilstück an. Also wir verlassen den vier Stunden Chart. Im Zweifelsfall schaut euch das Video von gestern gerne auch nochmal an. und gucken uns jetzt das hintere Ende mal an. Und da muss ich sagen, wenn man mich jetzt zwingen würde, die bullische Seite ist immer noch die starke Seite. Wir sehen, wir hatten heute mit einem kleinen Gap nach unten aufgemacht, also von hier nach da quasi. Der Markt hat sich erholt, anschließend Pause und es geht aktuell weiter nach oben. Also jetzt sehe ich da wenig Motivation, um irgendwie einen Short zu machen. Immer gucken, was ist die starke Seite, eine Korrektur abwarten, Trigger. Und dann ist das eine Möglichkeit für einen Einstieg, und zwar in die starke Richtung. Und die ist nun mal aktuell hier nach oben gerichtet. Also DAX weiterhin ganz gute Aussichten für vorläufig nach oben. Trotz alledem ist dieses Bild noch nicht vom Tisch. Das verwirrt immer viele. Viele sagen, ja, du sagst hier, es geht hoch, aber das kann auch passieren. Ja, das heißt, ich kann mich ja durchaus long orientieren jetzt. Muss aber damit rechnen, dass das passiert. Also entweder den Stop tief genug machen, dass ich das überlebe, oder dicht genug machen, dass ich das nicht ertragen muss. Also die beiden Lösungen gibt es. Der engere Stop wäre zum Beispiel dieses Tief hier. Wir merken uns mal in meinem Mauszeiger. Das entspricht quasi diesem Tief hier. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, da gibt es auch noch eine bessere Lösung. Jawohl, eine andere Lösung für einen Stop-Wert. Tiefster Punkt messen, höchster Punkt messen und dann die 78er Marke. Die ist nicht heilig. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, Mensch, die ist es jetzt exakt. Die nehmen wir deshalb, weil es eine FIBO Marke ist. Wenn ihr sagt, ich finde 76,4 ebenfalls eine FIBO Marke. Oder 81,025, weil ich am 05.02.1981 geboren bin. Ja, meine Güte, das macht keinen Riesenunterschied. Die Aussage ist aber, dass wenn wir irgendwo einen gewissen Bereich, unterschreiten, dann wird dieses Szenario deutlich weniger realistisch. Na, realistisch ist ein blödes Wort. Weniger wahrscheinlich. Realistisch ist es, aber deutlich weniger wahrscheinlich. Deshalb ist das eine mögliche sinnvolle Stop-Marke. Also, insofern hat man, wenn man schon long ist, im kurzen Bild oder sich noch nach long orientieren will, zumindest mal so eine Fernabmarke. Natürlich, wenn sich jetzt hier im ganz Kleinen sowas ergibt, dann könnt ihr natürlich das ganze Spiel hier, beziehungsweise hier die 78er ebenfalls nochmal machen. Also, ihr seht, obwohl ich dieses Szenario nicht vom Tisch wischen will, überhaupt nicht, das halte ich nach wie vor für genauso wahrscheinlich, wie das, was ich, wie ich es in den letzten Tagen angegeben hatte. Das hat sich nicht verändert. Das ist also, auch wenn es sogar nochmal ein klein bisschen höher geht, wäre das für mich absolut noch in Ordnung. Also, selbst wenn das hier auf 300 noch geht, beim DAX-Index hier, wäre das nachher immer noch möglich, dass er da nochmal da unten abtaucht in diese Richtung. Das halte ich für alles andere als völlig unmöglich. Aber im Moment macht es keinen Sinn, jetzt auf die Short-Seite zu zählen, weil der Markt macht es halt einfach nicht. Dann muss ich auch nicht jetzt krampfhaft versuchen, oh, ich gehe schon mal, der macht das bestimmt. Also, insofern, noch im Kleinen sind das Long-Szenarien eher, im Großen, im Ganz Großen sind sowieso Long-Szenarien. Und dieses mittlere Bild, so von wegen kommt der Rücksetzer. Ich fände es gut, dann hätten wir später nochmal einen gesicherten, sauberen Einstieg, weil dann hätten wir die Korrektur hinter uns und können sagen, naja, jetzt machen wir es eigentlich richtig. Wenn das halt nicht macht, dann kommt das halt irgendwann später. Also, ein Rücksetzer, nicht notwendigerweise exakt auf diese Marken von gestern, aber irgendwie in Bälde dann mal ein Rücksetzer. Falls ihr das jetzt nicht so gut erkennen könnt, dann 15.900 beim Index, 800 irgendwie so in der Richtung, sind mögliche, nicht untypische Unterstützungsmarken hier beim DAX. Wie sieht es beim amerikanischen Markt aus? Das ist eine ziemlich eigenartige Geschichte. Fangen wir kurz mit dem Dow Jones an. Auch hier sehen wir im Moment die Aufwärtsrichtung, die vordergründiger. Also, es gibt hier im Moment, scheint nach wie vor starke Richtungen aufwärts, wackelige Richtungen abwärts. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir hier erst mal Nachthandel und dann später im Vormittagshandel Deutschland, was ja immer noch amerikanische Nacht ist, ein bisschen doof unterwegs sind. Das ist immer wenig vertrauenserweckend. Also, ich hätte das besser gefunden, wenn er nach dieser Geschichte, also hier nach diesem Schub hoch, wackelig runter, mit einer Stärke hier durch wäre. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Das wäre für mich sogar ein klassisches Trading, eine klassische Trading-Möglichkeit gewesen, wenn auch Fortsetzung generell. Er war hier dann doch ganz schön mit Überschneidung unterwegs. Da fehlt mir dann häufig der Mut, dann da wirklich einzusteigen. Es hat aber trotzdem gereicht, vorbörsliche Zahlen. Offensichtlich haben die Marktteilnehmer bewegt, da halt durchaus ein bisschen nach oben zu tendieren. Der Aufwärtstrend, der ist nun mal immer noch der Richtige. Das haben wir auch schon so angedeutet. Wenn, dann ist eher im Moment die Aufwärtsrichtung. Zumindest mal abwärts ist da nicht wirklich irgendwie was getriggert. Hier nicht. Und im Größeren sehe ich da jetzt auch nicht, dass man irgendwie den Eindruck hat, man muss hier abwärts gehen. Ob man jetzt den Einstieg verpasst hat oder nicht, wenn man nicht schon drin ist, natürlich. Aber neuerliche Einstiege verpasst hat, das kann alles sein. Aber zumindest mal ist im Moment die Short-Seite hier nicht absehbar. Für mich jetzt also, die letzte starke Bewegung ist das. Für Intraday-Ideen bräuchte ich jetzt einen Rücksetzer, halbe Strecke. Vielleicht würde das sogar hier mit dem Zwischenhochs passen. Das muss nicht, aber wenn es korrespondiert ist, natürlich umso besser. Ich mache das mal einmal vor. Ich weiß gar nicht, wie das in Wirklichkeit ist. Also wenn ich sehe, wir haben einen starken Anstieg. Mal als Beispiel so. Und wir haben hier eine Fibu-Marke, hier die 50er. Und dann sehe ich hier, wir haben hier auch noch einen Zwischenhoch. Das ist ja auch eine gewisse Unterstützung. Das heißt, wir haben hier schon zwei Marken. Dann kann man ja auf die Idee kommen, dass da irgendwie eine Unterstützung ist. Wir können mal messen. Ich mache das mal spaßeshalber. Der letzte Rücksetzer war der. Wenn wir jetzt von der aktuellen Situation so einen Rücksetzer bekämen, ja, guckt mal, der würde auch hier sein. Jetzt ist ganz wichtig, ich gehe nicht davon aus, nur weil hier drei Linien liegen, ja, da muss der Kurs da jetzt runter. Das ist Unfug. Die Linien sind nicht magnetisch oder sowas. Was ich aber weiß ist, wenn der Markt, warum auch immer hier hinfällt, idealerweise, wenn er das Grächer macht, das heißt, diese Seite ist stärker als diese Seite, und er ist in dieser Ecke angekommen, dann weiß ich, wird es Marktteilnehmer geben, die sagen, da wollen wir eigentlich nach unten. Guck mal, wie langweilig wir runter sind. Eigentlich wollen wir doch nicht, wollen wir nicht drehen. Und das ist eine Entscheidung, die dann gerne hier gefällt wird. Viele versuchen immer Vorhersagen zu machen. Ja, guck mal, dann geht er da noch mal runter. Weiß ich doch nicht, ob er da runter geht. Aber eins weiß ich, wenn er hier unten ist, und wenn diese Bewegung schwächer ist, als diese Aufwärtsbewegung, dann ist die Chance relativ groß, dass er sich irgendwie nach oben noch mal weiter fortsetzt. Das ist etwas, was ihr mitnehmen solltet aus der Geschichte, warum diese Linien relevant sind. Nicht, weil die magisch sind, nicht, weil der Kurs da nicht durch kann, sondern weil Marktteilnehmer diese Linien, diese Zwischenhochs, diese Fibonaccis, also ich meine eigentlich diese Linien, weil die die sehen und sich dann die Frage stellen, also wenn ich wirklich kaufen will, wäre jetzt oder nicht mehr. Also wenn er da durchgeht, will ich dann vielleicht nicht mehr kaufen. Das heißt, sie fangen dann an, hier vielleicht erste kleine Käufe zu machen oder sie fangen an, ihre Short-Positionen, Gewinne mitzunehmen, falls sie hier Short gegangen sind irgendwo. Also deshalb sind die Marken relevant. Bitte habt nicht den Irrglauben, da liegt eine Linie, da kann der Kurs nicht durch. Aber hier gucken Leute drauf und deshalb gucke ich, wie die Leute reagieren. Und da sehe ich zum Beispiel, wenn sie sowas machen. Das sehe ich zum Beispiel, wenn hier eine Umkehrkerze ist. Das sehe ich zum Beispiel, wenn die Indikationen, Indikatoren oder sowas vielleicht auf Wechsel stehen. Also ihr seht, die Chancen, da was rauszulesen, was mitzunehmen aus der Geschichte, sind nicht schlecht. Das ist nicht absolut. Das muss ich vielleicht auch noch einmal ganz kurz, ich spare mir jetzt die anderen Linien, ich mache nur mal die. Wir wissen ja, dass sie ja mehrere Linien waren. Stellt euch mal vor, der Kurs würde jetzt hier irgendwie so eine Abwärtsbewegung machen. Und dann gehen wir wirklich an der Stelle rein, also nicht jetzt pauschal rein, sondern weil wir hier vielleicht auch noch, machen wir mal das Beispiel, wir sehen jetzt hier einen Hammer, so eine Umkehrkerze. So ein klassisches Ding, was ganz häufig als Wende dasteht. Es gibt auch einen, einen Engulfing-Pattern könnte es sein, einen Piercing-Pattern, was weiß ich, weil es gibt hunderte von Mustern, vielleicht kennt ihr das eine oder andere. Falls ihr das seht und sagt, da steige ich ein, dann wäre ja eine Möglichkeit, naja, wenn, dann hier, now or never, sprich, entweder er dreht jetzt, dann kann ich zum Beispiel sagen, da drüber setze ich meine Einstiegsorder. Ich warte, bis er das triggert. Und mein Stop? Naja, ich will ja nicht, dass es tiefer geht, also wenn er dann da durchgeht, das spielt jetzt keine Rolle, kann auch sein, dass der Tail auf dieser Linie aufsetzt. Das habe ich jetzt vielleicht nicht so schön gezeichnet, also es kann auch irgendwie so aussehen oder irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber nehmen wir mal an, so und dann ist das da oben, wenn er da durchgeht, ist mein Einstieg. Wenn er da drunter geht, ja wie jetzt, ich habe ja gesagt, dass er wendet, da brauche ich keine tieferen Kurse. Also wenn ich davon ausgehe, dass er wendet, brauche ich keinen tieferen Kurs mehr. Kann ich also sagen, wenn er tiefer geht, kann ich die Position wieder schließen. Und meine Erwartungshaltung ist, dass diese Korrektur zu Ende ist und dass wir weiter auf dem Weg nach oben sind. Nicht zwangsweise eine 1 zu 1, weil wir waren vorher schon mal unterwegs, aber zumindest mal bis hierhin plus x. Also irgendwas da oben drüber, wir wissen nicht genau wie hoch, aber irgendwas da drüber. Und wenn ich jetzt ganz grob gucke, ich mache es wirklich ganz grob, das ist meine Risikoseite, die ja durchaus logisch ist dann. Ich will, dass es steigt, weil ich behaupte, dass wenn es steigt, dann jetzt. Ich will, dass es nicht mehr tiefer geht, also kann ich meinen Stopp hier machen. Ich habe diese Linie sogar leicht zu lang gezeichnet. Und meine Gewinnseite ist das plus x. Ich muss ja nicht zwingend rausgehen darüber. Es kann ja sogar noch mehr sein. Ihr seht, es geht nicht darum, dass das immer klappt. Das ist auch gar nicht notwendig. Selbst wenn nicht in der Hälfte der Fälle klappt es, dann mache ich einmal den Verlust, einmal den Gewinn. Vielleicht klappt es doppelt so häufig nicht. Dann mache ich zweimal diesen Verlust. Das wäre bis zum Mindestziel immer noch nicht negativ. Und einmal den Gewinn. Und wenn es weiterläuft, mache ich sogar dann noch einen richtigen Gewinn. Es muss ja nicht genau bis hierhin gehen, also ich gehe ja schon davon aus, dass es weitergeht. Aber selbst bis zu der Mindestzielmarke wäre eine Trefferquote von 33% kein Verlustgeschäft. Zumal es sogar etwas weniger ist als das, weil ich den etwas zu lang gezeichnet habe, würde das also immer noch positiv sein. Ich würde mal sogar sagen, 30% Trefferquote. Das heißt, ich muss gar nicht immer richtig liegen mit dieser Idee. Das reicht vollkommen aus, wenn ich hin und wieder richtig liege. 35, 40, 45%, 50% von mir ist halbe, halbe. Und dann bin ich immer noch ganz tapfer auf der schönen Seite des Lebens. Denn die Chancen, dass es sogar noch weiterläuft, sind ja nicht ganz schlecht. Also ihr seht, bullisches Ding, ist keine Ankündigung, hier jetzt blindlings einsteigen. Das machen wir nicht. Ich habe jetzt mehrere Szenarien gezeichnet. Anderes wäre, der Kurs kommt jetzt hier hin, macht hier auf der kleinen Ebene so was. Oder eben, dass man sagt, wenn der Kurs irgendwie so was macht, dass man dann an der Stelle, das sind alles ähnliche Szenarien, die ihr alternativ dafür nutzen könntet. So, und jetzt kommen wir zu einer spannenden Situation, nämlich der S und P. Der ist in der Abwärtsbewegung, wenn ich mir den mal angucke, überlegen wir mal, ist das, also das ist der höchste Punkt hier oben. Ich denke, das ist völlig unstrittig. Ist es vom höchsten Punkt abwärts oder aufwärts gegangen? Naja gut, das sagt ja schon der Name. Wir sind wohl eher abwärts. Und jetzt schätzt mal ein, ist diese Abwärtsbewegung eher impulsiv oder korrektiv? Denkt immer dran, dreiwellige Bewegungen sind sehr, sehr gerne korrektiver Natur, also die falsche Richtung. So, also man hat eher den Eindruck, dass das Ganze in die Abwärtsrichtung nicht impulsiv ist. Also ist es korrektiv, also ist es die falsche Richtung. Also ist abwärts eigentlich die falsche Richtung. Aber wenn das doch so wäre, dann müsste aufwärts ja die richtige Richtung sein. Aber dann müsste die Aufwärtsrichtung impulsiv sein. Ach ja, haben wir gerade da. Das heißt, wir sind sogar in diesem Moment, wo ich das Video mache, an einer Stelle, die ich für einen Einstieg durchaus adäquat halte. Haben wir eine schnelle Trading Idee. Ich weiß nicht, wann ihr das Video gucken könnt, aber die Idee ist, und die geht nicht immer gut, quasi an der Stelle eine Long-Überlegung. Stopp, entweder hier unten drunter, unter dem letzten Tief, ich wage schon gar nicht mehr die Levels anzugeben, weil ich manchmal geschimpft kriege, du hast den falschen Kontrakt, aber ich bin halt ein Future-Händler und gucke das, was die großen Trader angucken. Also die richtig großen. Wir sind zwar viel größer als Private, aber natürlich viel kleiner als jetzt die ganz, ganz großen Buden. 4.580 etwa das Tief, ein bisschen tiefer ist es. So, oder ich nehme, dass es wir sehr häufig machen, die 78er Marke, und die liegt aktuell 4.582, 25, 46 gibt es nicht, sind alles 25 Basispunkte, Schritte. Also, Komma 25, und ein Rücksetzer, alle Rücksetzer korrektiver Art dieser Natur sind in Ordnung, nur darunter soll er nicht mehr gehen, und meine Erwartungshaltung ist, dass er nach oben sich fortsetzt und zumindest ein neues hoch macht. Und hier gilt wieder, das wäre quasi diese maximale Stop-Weite, das ist die minimale Zielweite, mit Erwartungshaltung, dass wir ja eigentlich in einem Aufwärtstrend sogar noch weitere Chancen nach oben haben. Das wird nicht immer gut gehen. Ich möchte euch jetzt nicht verleiten, oh, das mache ich jetzt auch, kann ja gar nicht schief gehen. Das kann auch sein, das ist zwei- oder fünfmal hintereinander, fünfmal ist schon viel, aber das ist zwei-, dreimal hintereinander nicht klappt, das ist denkbar, aber die Chancen dafür, dass man auf der richtigen Seite liegt, wenn man das regelmäßig umsetzt, die sind relativ groß. Dafür wäre ein weiteres Hilfsmittel, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt hier einsteigen, ist für euch jetzt eh zu spät, bis ihr das Video seht, aber wenn wir hier wackelig in die Mitte wieder zurückkommen, Mitte wieder zurück, dann machen wir die anderen Linien wieder rein, merkt euch, 38, 50, 61, 8, wenn der Kurs hier korrektiv rein geht, was er gerne tut, also ich weiß nicht, wenn er noch weiter klettert, müsstet ihr die Zeichnung natürlich anpassen, auf das weitere Hoch, aber wenn er hier wackelig rein geht, zwischen hoch für einen Einstieg, könnt ihr den Stop sogar auf dieses Tief oder die 78er davon, mit ebenfalls Erwartungen nach oben, dann eben mitnehmen. Sieht also gar nicht so schlecht aus für die bullische Seite. Im Großen hat sich nichts geändert, deshalb zeige ich euch das gar nicht. So, und jetzt haben wir was Interessantes aktuell hier beim Nasdaq, denn der Nasdaq ist anders, als der S&P nicht zwingend korrektiv nach unten gegangen. Warum nicht? Wir sind nach unten gegangen, dann hatten wir eine Gegenbewegung. Dann sind wir nach unten gegangen, haben wir eine Gegenbewegung und wir sind nach unten gegangen. Damit sind wir theoretisch mit fünfmal fertig. Das würde unter Umständen bedeuten, das könnte ein Impuls sein, weil das nicht überschneidend ist. Der ist niedriger als der, ist nicht überschneidend. Ich bin mir also nicht sicher, ob das nicht sogar noch ein Impuls ist. Jetzt gibt es allerdings hier eine Vorgeschichte, es ist also denkbar, dass das insgesamt die Korrektur ist und wir deshalb, zack, korrektiv, trotzdem nach oben gehen. Aber die Situation ist ein bisschen eine andere. Jetzt muss man sich noch die Frage stellen, warum ist das jetzt hier hinten aber so doof? Das ist tatsächlich eigentlich dreiwellig, würde ich das hier auffassen. Das heißt, aus meiner Sicht ist eigentlich der Impuls hier zu Ende und deshalb habe ich ein bisschen die Sorge, dass das eher eine Korrektur hier wird oder vielleicht auch noch eine umfangreichere Korrektur wird und es hier sogar noch mal nach unten geht. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen S&P und Nasdaq, würde ich den S&P der Einfachheit halber bevorzugen oder hier im Kleinen kann ich das natürlich genauso handeln wie beim S&P eben. Allerdings, dann muss ich Sorge haben, dass wir eventuell hier bei dieser 1 zu 1 Projektion fertig sind. Das heißt, ich würde vielleicht nicht zwingend rausgehen, aber dann den Stop nachziehen auf den Einstieg. Wenn es weiter klettert, super, wenn er umdreht, naja, ich habe meine Chance gehabt, dann ist es doch wohl dieses negative Szenario. Das heißt, dieses, ja, es kann steigen oder fallen, ja, ja, genau, das ist das Problem, aber ich habe eine Lösung dafür. Viele versuchen das zu umgehen, indem sie sagen, na, ich will aber nicht, dass es entweder so oder so, ich muss mich auf eins festlegen, ich kann mich festlegen, der mag nur leider nicht. Der hat nämlich, der ruft im Zweifelsfall nicht bei mir an und sagt, Mensch, siehst du es auch so? In diesem Sinne, ihr seht, die Szenarien sind vorläufig im Kürzerfristigen eher aufwärts gerichtet, im Übergeordneten sowieso, wir müssen aber damit rechnen, dass es beim Nasdaq und DAX insbesondere, aber natürlich dann in der Folge bei den anderen auch nochmal einen Rücksetzer gibt, deshalb denkt an die Stops, die ich euch vorgeschlagen habe, es ist ja so nicht, dass die die besten sein müssen, aber sie sind grundsätzlich funktionale und logische Stops, denkt da dran, die mit zu implementieren, denn wenn ihr falsch liegt, sagt ihr, puh, ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm gewesen. Schade war jetzt doof, aber nicht schlimm. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.